So meine Lieben, heute zeige ich euch mal, wie man ein richtig feines Fondue macht. Und für das gehen wir euch mal zuerst in Lidl einkaufen. Im Lidl hat es eine grosse Auswahl an Fondues. Zum Beispiel traditionelle Fondues wie Apicella oder Motto Motto Fondue. Aber auch von der Marke Deluxe ganz spezielle Fondues wie Trüffel, Prosecco, Bier oder Whisky Fondue. Was ich persönlich an Lidl sehr schätze, ist, dass er eine grosse Auswahl an Produkte qualitativ sehr hochwertig ist. Aber trotzdem am Schluss ein Lidl-Pricer. Am Schluss habe ich mich dann für das Whisky Fondue entschieden. Es war sehr, sehr fein. Und am Schluss noch ein Glas Wein. Das Ganze jetzt abgerundet und zu einem wunderschönen Fondue runtergemacht. So, jetzt wünsche ich euch viel Spass beim Entdecken von den verschiedenen Fonduesorten. Und wenn ihr euch dann für das Richtige entschieden habt, wünsche ich euch einen ganz, ganz guten guten. Bis zum nächsten mal